ich als wrestling fan weiß ein gutes comeback zu schätzen es ist immer schön wenn jemand nach langer verletzungspause oder pause pause wieder zurückkommt und eine geile show abliefert und ja mich freut sowas immer und dieses jahr hatten wir ein comeback der anderen art im musikbereich nicht nur im metal bereich das mich doch ein bisschen gewundert hat aber auch sehr gefreut hat die rede ist von der cd von der compact ist die tatsächlich in den letzten zwei jahren verkaufstechnisch das erste mal seit langer langer zeit wieder zugelegt hat was mich sehr freut jetzt mag man sich allerdings wundern warum eigentlich weil im prinzip die physischen todträger gehen alle nach unten da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren digitaler download beziehungsweise streaming sind halt momentan die form des konsums nummer eins und das wird auch so bleiben das wird sich auch noch weiterentwickeln in deutschland sind wir noch relativ treu gegenüber vinyl cd und kassette aber da ist auch nur noch knappen drittel der musikkonsumenten und konsumenten die wirklich physische tonträger kaufen aber wie gesagt ist es steigt wieder es gab ja den vinyl hype aber man muss ja auch mal ganz klar sagen bei vinyl da geht es meistens um limitierte auflagen zumindest im metal bereich sind das ja manchmal nur so 2300 stück oder tatsächlich nur 100 stück das ist jetzt nichts was man wirklich als neuen boom bezeichnen kann und das problem am vinyl ist ja auch schlicht und ergreifend in letzter zeit hört man immer öfter klagen dass vinyl halt scheiße ist weil es gibt halt nur gewisse anzahl presswerke und die müssen immer mehr raushauen in immer kürzerer zeit und ja darunter leidet die qualität platten werden warm gestapelt sind dann wellig bröseln einem quasi aus der packung entgegen die vinyls werden meistens unfassbar beschissen verschickt und kommen mit beschädigten hüllen schon an ich empfehle euch da mal moshpit passion der kario dieser vinyl sammler und vinyl freak und er hatte einige videos auch dieses jahr zu gemacht wie enttäuscht man als vinyl käufer doch tatsächlich dieses jahr oft war und auch das jahr davor schon und deswegen habe ich so ein bisschen auch das gefühl hat weil mir haben auch immer mehr leute gesagt so ja und den vinyl kauf ich nicht mehr ich bin wieder auf cds dass das wieder steigt und dann habe ich jetzt mal zum jahresende hin mal geguckt es gibt leider für 2022 noch keine konkreten zahlen die kommen immer anfang januar raus aber die tendenz wird auch von zahlen unterfüttert also es gibt einen ganz leichten anstieg in einigen ländern das ist meistens nur so ein zwei prozent aber immerhin der weg nach unten ist aufgefangen und es geht wieder ganz leicht nach oben und ich glaube cd wird auch einfach wieder stärker und da gibt es auch einige einfache gründe für weil die platten firmen geben sich wie endlich mal ein bisschen mehr mühe mit der cd die cd ist ja gestartet als totales hightech produkt es wurde gesagt das ist ein klang den habt ihr noch nie gehört ich selber weiß doch mitte der 80er als ich meinen ersten cd player hatte ich saß fasziniert vor diesem medium und habe mir das angeguckt wie wie modern das aussah das war science fiction in meiner hand das reflektierte so schön regenbogenmäßig das licht und so und man konnte halt die gesamte vorderseite bedrucken bei schallplatten war es ja immer nur in der mitte sehr meistens sehr basischer aufkleber mit den tracks jeweils der seite und sonst nichts und das sah alles viel besser viel geiler aus und es klang auch gut und ja man musste einfach nicht mehr alle nasen lang zum plattenspieler rennen und die seite wechseln mich hat das ehrlich gesagt genervt manche verklären das heutzutage als ja ritual als bewusstes musikhören ich fand es nervtöten weil ich auch früher als kind ich war ein totaler nerd gerne wagner oper gehört habe habt ihr schon mal versucht wagner auf vinyl zu hören alter also wir hatten damals noch keine schrittzähler aber das hätte geholfen ganz ehrlich und deswegen fand ich cd immer ein geiles medium dann gab es aber immer die leute gesagt haben ja cd ist ja nicht so warm im klang und das klingt auch nicht so gut wie vinyl inzwischen wissen wir das ist eigentlich ziemlicher bullshit was war war was war war ist schlicht und ergreifend die tatsache dass die plattenfirmen die cd als reine cash cow gesehen haben sie haben die ganzen klassiker alben einfach eins zu eins von den von den vinyl mastern übernommen und auf cd gepresst und das klang halt scheiße du musst für für vinyl für cd für kassette für digital musst du verschieden mixen das weiß jeder tontechniker es gibt verschiedene frequenzen es gibt verschiedene abnahmeverfahren und deswegen klingt das dann verschieden und du musst das halt wenn du das original master hast von der aufnahme was die band im studio eingespielt hat und das dann zum mixen gibst dann musst du eigentlich für jedes medium noch mal selber eine abmischung machen ist natürlich teuer und das machen die meisten einfach nicht haben es damals nicht gemacht haben es bis vor kurzem nicht gemacht und vor allen dingen wurde einfach alles was original schon da war eins zu eins auf die cd gepackt man hat richtig schäbig einfach mal die die cover runter kopiert nicht neu noch mal an das neue format angepasst klar ist quadratisch genau wie der vinyl man müsste es ja eigentlich nur verkleinern aber so läuft es halt nicht es sah alles kacke und lieblos aus und dann hatte man halt auch noch diese beschissenen plastikhöhlen das war glaube ich einer der größten fehler diese überhaupt gemacht haben diese plastikhöhlen es wirkte immer sofort irgendwie billig und und nicht schön es fühlte sich nicht gut an es klapperte und natürlich sind diese dinge räudig schnell kaputt gegangen du hattest sprünge drinnen du hattest riste drin verkratzen sauschnell da sind die nubbels abgebrochen und dann musstest du alles austauschen was richtig ungeheil war wenn du mal eingefärbte hüllen hattest dann habe versuch mal in der gleichen farbe wieder nachschub zu kriegen und ersatzteile no fucking way und so war das halt ganz schnell so ein so ein ding so ja gebrauchsgegenstand es hatte nichts schönes mehr und als dann das vinyl wieder aufkam war vor ein paar jahren war halt so die cd wirklich das ungeliebte kind man hat sich regelrecht dafür geschämt außer man ist michael göhre und sitzt vor seiner cd sammlung ich bin underground und ja das war halt schade aber in letzter zeit habe ich auch einfach das gefühl die plattenfirmen geben sich wieder mehr mühe mit der cd wird öfter mal jetzt auch für die cd extra abgemischt alte platten die schon seit ewigen zeiten raus sind die auch mehrfach schon auf cd aufgelegt worden sind werden jetzt noch mal neu gemischt neu gemastert für cd und das hört sich dann einfach geiler an und was ich auch sehr schön finde ist es wird einfach pappiger war hat jetzt wieder mehr digipacks und wenn euch das mal einfach net zwei scorpions album nebeneinander das eine plastik und und schäbig und hier fliegen einem auch immer die die halte halterung raus dann segeln einem die cds durch die gegend und ja und dann hast du halt sowas hier das kannst du schön aufklappen es fühlt sich gut an ich weiß ja nicht ob es irgendwie evolutionär bedenkt ist bedingt ist oder ob wir das einfach so kulturell in uns verankert haben schönes bücherregal ein schönes buch gibt uns einfach ein warmes gefühl das vermittelt uns irgendwie seriosität und schönheit und so und das ist bei einer bei einer vinyl und bei einem schönen cd cover einfach das gleiche gefühl es ist es wirkt zeitloser und da ist es auch scheißegal wenn das mal irgendwann machen kriegt oder sowas das gehört dann dazu das ist dann eine gelebte platte einfach wo man weiß ja die habe ich oft gehört die cd als solche tangiert das aber nicht im gegensatz früher zur schallplatte oder heute wie nü je öfter du abspielst umso größeren qualitätsverlust hast du auf cd halt nicht und das sind so sachen was auch so immer so ein ding war booklets ganz ehrlich entweder waren das nur so beipackzettel oder sie wurden so dermaßen diese plastik scheiße rein gefrimmelt dass man sie beim ersten mal rausnehmen schon zerfetzt hat und einem konfetti angekommen ist auch da das digipack da kannst du das halt einfach reinschieben tuti das kann mega dickes booklet sein funktioniert alles alles gut und ich habe das gefühl das wird jetzt mehr diese wie gesagt so scorpions running wild habe ich jetzt ein paar platten wieder neu geholt die ich schon hatte einfach weil sie in diesen schönerer verpackung und neu gemischt noch mal veröffentlicht wurden und das war ein schönes gefühl also die die auszupacken das erst mal aufzulegen und so weiter das hat richtig spaß gemacht und ist und da glaube ich einfach wenn das so weitergeht werden wir wieder einen kleinen cd boom kriegen das wird nicht wieder irgendwas mainstreaming es werden also die zeiten sind nun mal vorbei physische tonträger werden weiter zurückgedrängt aber ich glaube es könnte uns davor bewahren dass wir komplett ohne platten läden auskommen müssen und vor allen dingen ohne cd regale und ganz ehrlich ein vorteil gegenüber von vinyl den cd ja immer noch hat wenn ihr mal umziehen müsst hassen euch eure freunde und freundinnen deutlich weniger die dabei helfen müssen in diesem sinne ich bin mal gespannt wohin die reise geht für die cd ich mag dieses format halt immer noch und eine schöne gut gemachte cd auszupacken in der hand zu halten das ist ein ähnliches gefühl wie für vinyl da werden jetzt einige sammler fredis natürlich total steil gehen mir ist es egal und last but not least die cd ist halt noch deutlich deutlich günstiger als vinyl und ich bin halt auch jemand der gerne viele tonträger kauft und nicht so einmal pro jahr überlegt diese edition kann ich mir leisten wenn ich meine linke niere verkaufe das ist ja auch ganz gut insofern ich glaube die cd hatten zweiten dritten frühling und ich glaube auch sie hat ihn verdient